Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es zum vierten Mal um das Thema Normalität. Allerdings nicht nur heute. Das Thema Normalität ist derart umfangreich, dass es auch nächste Woche noch weiter behandelt wird. Heute seht ihr das vierte Video, um zu definieren, was normal und was unnormal ist oder sein sollte. Vieles, was bereits als normal angesehen wird, sollte, tiefer mit einem gesunden Menschenverstand darüber nachgedacht, nicht normal sein. Seht auch das Video zum Thema Normalität der letzten drei Wochen. Die Videos verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Normal ist es, dass man sich mit verfügbaren Lebensmitteln gesund und vollwertig ernähren kann. Was unnormal sein sollte, aber derzeit als gegeben hingenommen wird, ist, dass man sich nicht mehr gesund ernähren kann, weil aus Kostengründen und Profitstreben in der industriellen Fertigung von Lebensmitteln sogar schädliche oder zumindest fragwürdige Substanzen den hochwertigen Lebensmitteln vorgezogen werden. Normal ist es, dass wir informiert werden, was in Lebensmitteln steckt, die wir kaufen. Normal ist es, dass wir informiert werden, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist und wie lange man etwas verzehren kann. Unnormal ist es, wenn unverderbliche Lebensmittel einen Ablaufdatum bekommen. Normal kann es sein, dass wir Lieferketten zurückverfolgen können, um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unnormal ist eine Überflutung mit Siegeln, die Transparenz vortäuschen, jedoch nur dem Marketing dienen. Ein Video zum Thema Kennzeichnungen findest du oben unter dem i. Ein Video zum Thema Fertigkost und To-Go verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Unnormal ist es, wenn man krank zum Arzt geht, dass einem geholfen wird, wieder gesund zu werden und die Krankenversicherung diese Kosten trägt. Unnormal ist es, dass es immer mehr, auch wichtige Behandlungen gibt, die ein Patient selber bezahlen muss. Dieses trotz einer Krankenversicherungspflicht. Unnormal ist es auch, wenn Behandlungen und Medikamente verordnet werden, die nicht notwendig sind, nur um die Pharma- und Reha-Industrie zu bereichern. Wenn ich meine Behandlungen selber zahlen muss, bräuchte ich keine solche Versicherung. Auf unnötige Behandlungen und Medikamente will ich lieber verzichten. Ein Video zum Thema Gesundheit und Pharmazie findest du oben unter dem i. Ebenso problematisch und somit unnormal ist die Situation in der Pflege. Normal im medizinischen Bereich ist es, dass der Patient immer das letzte Wort hat. Der Wille des Patienten über seine Behandlungen dürfen niemals von oben vorgegeben werden. Somit sind Pflichten zu Impfungen unnormal und grundsätzlich abzulehnen. Zu den Themen Pflege, Impfungen, Patientenverfügung und Organspende findet ihr Videos in der Videobeschreibung. Normal ist es, Lebensmittel, Medikamente und Güter, die in unserem Land hergestellt werden können, auch in den Mengen im eigenen Land herzustellen, um die eigene Bevölkerung ausreichend versorgen zu können. Normal ist es, Dinge zu importieren, die in unserem Land nicht hergestellt oder angebaut werden können. Normal ist es auch, Dinge zu exportieren, die im Zielland nicht angebaut oder hergestellt werden können. Normal ist es, dafür auch mehr zu produzieren. Unnormal ist es, so viel anzubauen und zu produzieren, dass Güter weder exportiert noch genutzt werden können, sondern weggeworfen werden und damit Müll zu produzieren. Unnormal ist es, Güter in andere Länder zu exportieren, die diese in ausreichender Menge selber anbauen oder herstellen können und somit die Wirtschaft anderer Länder zu schädigen. Unnormal ist es, den Preis in Entwicklungsländern für Importgüter derart zu drücken, dass diese Länder keine Chance haben, sich zu entwickeln, um auf eigenen Füßen zu stehen. Normal ist es, um Mangel zu überwinden, global zusammenzuarbeiten. Unnormal ist, wenn wir uns von anderen Ländern oder andere Länder von uns voneinander abhängig machen. Unnatürlich ist es auch, dass Dinge, die im eigenen Land hergestellt werden, nicht ausreichen, um die eigene Bevölkerung damit zu versorgen. Normal ist es mittlerweile, dass wir zur Vereinfachung unseres Lebens eine Vielzahl von computergestützten und elektronischen Geräten verwenden. Unnormal ist es jedoch, oder sollte es zumindest sein, dass industriell diese Geräte so gebaut werden, dass sie kurz nach Ablaufung der Gewährleistung oder Garantie kaputt gehen oder einfach ausfallen. Nur um öfter das gleiche Gerät an denselben Kunden zu verkaufen. Reparaturen werden zu selten in Betracht gezogen. Unnormal ist es auch, dass mehr Wert auf ständig neue Geräte gelegt wird und selbst funktionstüchtige Geräte im Müll landen. Siehe dafür auch mein Video zum Thema Elektroschrott. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn die Benutzung dieser Geräte bereits im Alltag und am Arbeitsplatz normal ist, so ist es unnormal, dass wir uns mittlerweile massiv von der Technologie abhängig machen. Unternehmen haben tagelange Ausfälle, nur weil ein Computer ausfällt. Ein Video zum Thema Elektro und Energie findest du oben unter dem i. Genauso unnormal ist die brachiale und kostenintensive Vorgehensweise im Rahmen der Energie- und Verkehrswende. Es ist normal, dass man sich für Umweltschutz, Tierschutz und den Erhalt unseres Lebensraums einsetzt. Das kann auch Klimaschutz beinhalten. Unnormal hingegen ist es, wenn für den Klimaschutz die Umwelt massiv zerstört wird und Maßnahmen obsolet werden oder sogar dem eigenen Ziel entgegenwirken. Unnormal ist es, wenn die Schutzmaßnahmen mehr Schaden als Nutzen bringen und darüber hinaus unverhältnismäßige Kosten verursachen und Arbeitsplätze gefährden. Ein Video zum Thema Klima und Umwelt findest du oben unter dem i. Normal ist es, wenn man als Konsument etwas kauft, dass dieses auch bezahlt wird. Um den Überblick zu behalten, ist die Barzahlung an der Kasse die einzige normale und zu bevorzugende Zahlenmethode. Unnormal ist, dass durch Banken und durch die Politik versucht wird, bargeldlose Zahlungen zu priorisieren. Kartenzahlung kann eine Möglichkeit sein, aber niemals das normal. Durch die unnormale Entwicklung, durch Priorisierung von bargeldlosen Zahlmöglichkeiten, steigt die Verschuldung der Bürger. Ein Video zum Thema Bargeld findest du oben unter dem i. Videos zu den Themen Inkasso und zu Auskunft teilen verlinke ich euch in der Video. Normal ist es, dass in Filmen und Serien eine Entspannung und Ablenkung vom Alltag zu finden ist. Unnormal ist es jedoch, dass Filme und Serien mittlerweile aufdringlich erzieherisch aufgebaut sind. Diese in Filmen zu sehende aufgedrückte politische Korrektheit und Quotendiversität ist unnormal. Unnatürlich und somit unnormal ist es, dass für Kinder und Jugendliche zugängliches Filmmaterial sexuelle und pornografische Szenen beinhalten. Ebenso sind Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unnormal, da sie nicht mehr zeitgemäß sind. Normal ist es, für etwas zu zahlen, was man nutzt. Unnormal ist es, für etwas zur Kasse gebeten zu werden, was man nicht zu nutzen wünscht. In der Videobeschreibung findet ihr ein Video zu den Themen Rundfunk und über Serie, Film und Streaming. Neben den bisherigen Inhalten gibt es noch viele andere Themen, die im Lichte der Normalität betrachtet werden sollten. Dafür geht es nächste Woche weiter mit dem fünften und letzten Video zum Thema Normalität. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den bisherigen drei Videos. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.